Ja, Mr. White! Ja, halt euer Zeug. Wenn man das zum Beispiel jetzt verbrennen würde, dann würde man das verbrennen. Ja, und wenn man euer Haus verbrennt, dann verbrennt man es. Ja, ja. Das wäre die beste Methode, glaube ich. Danno, morgen ist Samstag. Er ist übermorgen Sonntag. Oh! Nein, das übertreibt man nicht. Doch, ich übertreibe jetzt smartlos und übermorgen ist... Übermorgen ist... Oh, tak. Übermorgen? Ja, klar, übermorgen ist Montag. Ja, ja, das ist wirklich so. So. Soll ich dann gleich noch ein Bücherregal machen, Leon? Ja, so viel du willst. Okay. So viel ich kann, meinst du ja? Ja. Hast du vielleicht noch ein bisschen Holz für mich? Nee, fehlt mir auch grad. Scheiße, wir sollten Holzfarm gehen. Ja, und gehen wir Holzfarm. Ich mach mal kurz noch eine Eisen-Axt aus Elias seinem Eisen. Wo sind hier Eisen bei Elias? Wenn ich jetzt wirklich von mir hast, dann. Wo sind hier Eisen? Scheiße, ich hab kein Holz für Sticks. Kacke. Genau, du hast so ne Kiste. Ja, ich hol' gerade Holz. Du hast so ne Kiste, Elias sein Zeug. Ja. Kida, wo bist du gerade? Ich? Ja. Pff, keine Ahnung. Bei Elias grad, ich bin grad am Craften, aber ich find bei ihm keine Sticks. Oh mein Gott, die Katze geht voll ab. What? Okay, dann baue ich das hier kurz ab. Ich mach's super typischer ab. Alter, die Katze ist voll abgegangen. Ich fäll' einen fetten Baum, okay? Ja, ich komm dann auch. Ich muss mir nur grad ein paar Sticks machen und dann ein paar Äxte. Fäll' mal nicht den Baum, der bei dir in der Nähe ist. Ja. Vielleicht brauchen wir den noch. Ja. Aber wir können Elias seinen Baum fällen, das ist gut. Ja, das... Ne, das ist bei mir dran. Das ist nicht. Naja, stimmt. Das ist dann auch nicht gut. Dann brauchen wir aber den Mod da drauf ab. Wurde Giano sein, der war auch gut. Wenn wir den fällen würden. Ja, der ist eigentlich ganz frisch und saftig. Ja. Aber wenn man ihn verbrennt, will man sein Baum? Kida, wo bist denn du jetzt? Ich bin grad am Holzfarm. Ja, wo bist denn du? Ja, am Holzfarm. Ja, wo? Ja, hier grad im Wald. Ich bin grad losgegangen. Leon, wo bist du? Ich bin auf dem Baum. Und welchen? Auf so einem fetten. Ich auch. Auf dem bei deinem? Nee, eher weiter weg, weil ich da Holzfarme. So. Aber ich hab dich gesehen, Giano. Ja. So ist gerade unseren Baum hoch. Ja, ich such euch. Mit Octi-Fine ist alles möglich. Übelst groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha, ihr hattet die ganze Zeit drei Wolle. Ja. Ja, ich hab dir doch eine Wolle gegeben. Die hab ich gefunden, als ich... Ja, das ist mein Haus. Natürlich ist das mein Haus. Ja, ja. Ich wusste nicht wollen. Du hast 14 Eisen. Ja. Erne stoppt jetzt deine Kisten. Ja. Ja, ich muss jeden stoppen. Komm hier runter. Erne, das Wasser musst du schreien. Oh, jetzt wird wieder Nacht, oder was? Nein. Kina, komm mal. Nee, ich muss gerade hier noch den Baum aufholzen, dann komm ich. Ich brauch Holz. Ich hab ganz viel Holz, bald ein Stack. Ich hab jetzt ein Stack. Jetzt. Also wenn jemand eine Berutsamkeit-Spitzsacke bekommt, dann muss ich mir die ausleihen. Ja, ja. Oder kaufen. Wofür denn? Für Eis. Achso. Und auch Bücherregale. Weil in dem Dorf waren überall noch Bücherregale, wo ich war. Hm. Und deswegen... Hier hat es mal eine Hake kaputt. Müssen wir noch rausgehen. Wann kommt denn dieser Scheiß? Ja, haben wir schon. Ich hab immer noch keine Scheiß-Eisen gefunden, ey. Wenn ich genug Level hab, dann kann ich ja meine Dier-Spitzhacke entscheiden. Hast du schon eine? Ja. Wollen genug Level? Genug Level. So. Ja, ich hab jetzt gerade 18. Ich find einfach gar... Ich bin 15. Sind diese Minen einfach zu heißen? Ach, vorher hatte ich schon 27. Rauszubringen, oder was? Leon. Hm? Uhl. Ich muss kurz meine Kühe füttern gehen. Ja, du hast bestimmt irgendwas cooles gebaut. Und das ist geheim. Cool. Cool. Das ist eigentlich ein Multiplayer-Chunk-Cage. Ja, Leos, was machst du denn? Was machst du denn? Was denn der? Warum zündest du den Baum an? Leu, ich bin in der Höhle. Du hast den Baum angezündet? Der Baum brennt. Der Baum brennt. What? Aber doch nicht. Eure, ich zeig mal kurz schnell meine Sachen. Alter, warum brennt der Baum? Welcher denn? Giano? Ja? Es kannst nur du gewesen sein, wenn's der Leon nicht war. Warum denn ich denn? Weil Leon war grad mit... Wo ist das Ding? Alter, der Baum brennt. Jetzt? Ja, jetzt ernsthaft. Ich bin gar nicht mehr da. Ich kann meine ganzen Sachen holen. Überhauptsache ich weiß noch. Wo denn? Ja, okay, eigentlich kannst du's ja gar nicht gewesen sein, weil du zündest ja nicht dein eigenes Haus an. Aber doch nicht. Muss denn? Dann brennt mein Haus auch. Ja! Das greift grad auf dein Haus über. Oh mein! Dann wüsst du, dass die Season jetzt schon beendet ist. Lias! 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 Alter, das brennt! Sondern was machst du denn? Du, warum zündest du denn dein Haus an? Ich hab das doch nicht gemacht! Wer soll das denn sonst gewesen sein? Ja, ich war unten in der Miene! Ah, ja, genau. Wer soll das denn sonst gewesen sein? Okay, dann hilfst du mir ein paar Sachen hier zu holen. Ja, dein Haus, das brennt jetzt eh nicht mehr. Seh schon aus jetzt. Ja, du machst grad aus. Egal, ich will nicht zu dem. Jetzt auch. Also willst du lieber... Du kannst ja zu mir kommen. Ja, ich geh zu dir. Lol, Lias, schläft der Gang? Ähm, nimm am besten die ganzen Schneebälle mit. Die Schneebälle. Und die Schneeblöcke. Mein Inventar ist eh voll. Dann machen wir die Schneebälle zu Schneeblöcken. Nee, weil das kann man nicht zurück machen. Echt? Ja. Ja, ich mein, inventar ist aber voll. Aber eigentlich brauche ich ja eh nur Schneeblöcke. Ja, warte, ich geh kurz leeren. Ich mach mir kurz gleich eine Kiste. Dein Haus brennt schon wieder. Okay, Jano, das bist du. Das wird wirklich. Alter, scheiße, Kilian seid auch. Ist das verarschen? Nein, das brennt. Wo? Jano? Wo? Überall! Scheiße! Ein Scheiß, Leute. Nein, Ulla, was scheiße. Jano, warum machst du das denn? Warum tüttest du denn dir das denn aus an? Ich hab dein Scheiß aus mich angezählt. Ja, ja, Jano, ist klar. Ja, wirklich? Genau, deswegen bist du auch da überall rumgelaufen. Ich war unten in der Mine und bin dann hochgekommen, wo ihr gesagt habt, wir wollen. Ja, 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 genau. Wetten? Wetten? Ich tu mir ne extra Kiste machen, okay? Ja, mach das. Mann! Ich glaub, wir sollten vielleicht Jano seinen Baum mal anzünden, oder? Ich glaub auch. Ja, dann sind alle Heuerbäume aber dann angezündet. Ja, du hast aber noch gar kein Feuerzeug, oder? Ja. Ja, und? Die sind da trotzdem angezündet. Leon, willst du mich verarschen? Was denn? Ich bin in Kilian seinem Haus. Du bist so blöd! Ich mach das gar nicht! Mann, Kilian, du bist so dumm! Ich brenne! Hilfe! Jetzt hör auf! Ich mach nichts! Alter, hast du noch irgendwo Blätter? Ja. Alter, Scheiße. Jetzt hör das weg! Mach's weg! Ich sterbe! Ja, dann bist du selber schuld! Ich sterbe! Hier, wenn es jetzt abbrennt. Wenn es jetzt abbrennt, dann hast du echt ein Problem. Es brennt immer noch! Dann mach's aus! Dann mach's aus! Dann mach's aus! Du machst es aus! Nein, ich sterbe! Nein, da bist... Okay. Okay. Scheiße! Ja. Ich versuch's, okay? Ich versuch mein Glück. Ich versuch mein Glück, okay, Giano? Ich versuch mein Glück. Ich komme. Alter, fuck! Es brennt! Es brennt schon bis hier hoch! Scheiße! Ich sterbe! Nein! Ich will nicht sterben! Scheiße! Warum sterbe ich? Nein! Ich will nicht sterben! Ich will raus! Ich will raus! Ich brenne jetzt wegen dir! Du bist so schlau! Du bist so schlau! Giano, es ist Feuer aus! Nein, hier ist noch was! Aber es ist gleich aus! Es ist aus! Es ist aus! Oder? Es ist aus! Ich weiß es nicht! Es ist aus! Hörst du noch irgendwas? Siehst du irgendwas? Keine Ahnung! Es ist aus! Es ist aus! Es ist aus! Es ist aus! Alter! Du Opfer! Dein Haus! Du Spast! Was denn? Du Spast! Dein Haus brennt! Ich sterbe! Fuck! Fuck you! Scheiße! Keine Ahnung! Du bist so leicht! Ich komm! Du Opfer! Gott sei Dank regnet es jetzt und es geht aus! Ist mein Haus noch heil? Keine Ahnung! War Cerno das? Ich ins Gefährle! Scheiße! Leop�, gib her! Ja, Cerno das gemacht! Leop! Eh! War Cerno das? Oder wie? Keine Ahnung! Sein Haus hat schon gebrannt! Scheiße! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Lern hast du nur...